Musik Sag mal, wie lange willst du hier eigentlich noch Urlaub machen? Das ganze Jahr wahrscheinlich, also meine Eltern wohnen ja hier. Aha, wie cool. Mhm. Hast du sonst nichts zu tun? Doch, schon. Was hat es eigentlich mit dem Ball auf sich? Ach so, wir haben einen Tennisplatz auf dem Grundstück. Wo ist dein Schläger? Eine teige Frage. Ja, auf dem Platz. Ist das Haus deiner Eltern nicht 300 Meter von hier entfernt? Ja, genau. Du musst deine ganz schöne Schlagkraft haben, wenn der Ball hier im Garten gelandet ist. Ach so. Ja, also Tennis, ich... Moment mal. Woher weißt du überhaupt, dass der Ball hier im Garten gelandet ist? Und mal was ganz anderes. Was ist eigentlich mit dem Mädchen von letzter Woche passiert? Die waren ja plötzlich einfach weg. Und mal was ist das so. Dann kam es mal wieder, dass der Ball hier im Garten leandet ist. Dann kam es mal wieder. Dann kam es mal die Möglichkeit.